Was geht Leute, mein Name ist Arnold Fox, willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, Folge 21. Wir sind jetzt mitten in der Thematik Bluthund. Schaffen wir einen Bluthund, ja oder nein? Ich wahrscheinlich nicht, aber ich gebe nicht auf. Wir machen so lange, bis ich frustriert bin. Denn Bär ist ja eine Sache. An einem Bluthund, wir machen gut Schaden, das sollte doch drin sein. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Freundschaft versuchen, seid ihr bereit? Ja, ja, das sind alles die Tipps, die ich ja schon gelesen habe. Also komm, nochmal. Wie sieht es mit Ausweichen aus? Voll. Ein Treffer gemacht. Ah, Dreck. Und dann geht der immer weg. In dem Moment, wo ich angreifen möchte. Immer noch keinen Schaden gemacht. Ah, Dreck. Hier, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Oh, fuck. So, könnte es klappen. Wenn er so seine Schleifattacke macht. Am Ende seines Kills immer. Weil der hat ja immer Pause dazwischen. Ist machbar. Ah, Mist. Hätte ich ausweichen müssen. Jawohl. Jetzt bloß keine Fehler machen. Jetzt bloß keine Fehler machen. Er ist auch vorsichtiger. Blut. Shit. Bluthunde. Äh, äh, äh. Reißzahn. Gib mir ein fucking Achievement. Oh, geil. One hit. One try. In der neuen Folge. Hammer. Nice. Geil. Dass man die Waffe sieht. 18, 17. Ein Großschwert. Geil. Löst Blutversuchs aus. Hammer. Boah, das wird unser nächstes Schwert. Ist zwar keine Katana, aber ist ein geiles Schwert. Ausrüsten. Mal gucken. 141. Doch kein Katana, aber trotzdem geil. Mal gucken. Alter, guckt euch das mal an. Ist halt ein bisschen... Ja gut, das ist halt jetzt so langsam, weil ich halt einfach nicht die Stats dafür habe. Reichweite ist halt heftig. Wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt. muss nicht so nah ran. Ja. Bin ich mal gespannt, wenn wir das... Was brauchen wir? Wir brauchen 18, 17. Eigentlich machbar. 18, 17. Was haben wir denn gerade? Stärke. Ja, zweimal Stärke brauchen wir auf jeden Fall. Zweimal Stärke und einmal Geschick. Aber ist machbar. Hammer. Der ging jetzt eigentlich, muss ich sagen. Da hat jetzt halt viel Pause dazwischen gehabt. Oh, da wollten wir letztes Mal hin, oder? Ne, da wollten wir nicht hin. Da ist das Katapult. Aber da könnten wir durchrennen. Wie viele Punkte hat es uns gegeben? Knapp zwei, glaube ich. Nein, falsche Taste. Und trotzdem muss ich jetzt erst mal zurück. Erst mal zurück und meine Dingens zurückholen. Oh. Auch nichts zum Heilen gerade. Merke ich gerade, wenn ich jetzt sterbe, das wäre blöd. Ja gut, was... Blöd wäre es halt nicht, aber... Wäre halt Nonsens. Boah, war das geil. Können wir schon was machen, ne? 5.000 brauchen wir. Oh, es wird halt immer, immer teurer, das Ganze. Aber gut. Sollen wir mal die Krabbe ausprobieren? Oh, da ist ne... ne... Kriegerasche. So, ich trau mich jetzt. Sollen wir den geschafft haben? Ne, Schildkröte machen wir nicht. Aber diese... Oh, 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 beruhig dich. Kommt ja gleich. Oh, Blubstrahl. Nieser hat die Pause. Da geht es eigentlich. Boah, Krabben sind so ekelhaft. Das kann ja nicht gehen. Ich muss warten, bis er mit Blubstrahl aufgehört hat. Ja, das war so klar, wenn ich angreife. Das ist meine Deckung. Aua. Ah, komm. Ein großes Ding. Aber passt eigentlich. Wraps, Eier. Ein paar Beine. So, Dester brauchen wir. Oh, shit. Da kommen wir noch mehr. Oh, shit, shit, shit. Nicht verschwinden, nicht verschwinden. Okay, ich hab's. Ah, Samurai-Attacke haben wir bekommen. Oh, shit. Ah, gleich zwei Krabben. Das ist halt echt dumm. Oh, shit. Gegen zwei Krabben zu kämpfen, das ist gar nicht mal so gut. Aber immerhin hab ich die Kunst bekommen. Mal grad wieder zurückgehen. Nochmal heilen. Ein 100 geben die. Mr. Krabs. Eigentlich ganz gut. Die sind recht schnell zu erledigen. Mit dreimal davon hast du knapp 1000. Eigentlich perfekt. Hier, warte. Die Kriegsasche bin ich nochmal ganz... Kann ich die nicht auf die... Auf die Waffe drauf machen? Warum geht das nicht? Verbesserung... Entfernen. Hm. Blick ich nicht. Verstehe ich nicht. Okay. Also noch ein paar Krabs machen, dass wir wenigstens... Ja, die geben halt gut. Dann könnte man gleich mal rausballern. Ah. 5,5 brauchen wir. Für die nächste Stufe. Und die kleinen, die geben 12. Ah, 12 ist nicht viel. Aber 10 geben 100. Trotzdem nicht viel. Aber die großen Krabs machen wir nochmal. Oh, der ist ein eigener Kumpan. Das ist halt echt geil, dass die... die Attacken halt auf... Friendly Fire ist doch gut jetzt. Die?」 Ja. Die. Die. Meine Güte, ey. Holy moly. So, jetzt haben wir genug. Wieder ein Level up. Diesmal in Stärke. Weil ich will jetzt die Waffe. Ich will die Waffe so schnell wie möglich haben. Deswegen würde ich sagen, verzichten wir auf den 20er Punkt. Klar, würde mehr Gesundheit geben. Aber ein bisschen mehr Stärke, dann machen wir auch mehr Schaden. Und dann passt die Sache. Wie viel Schaden mehr? Ich glaube gar nicht mal so viel, aber trotzdem brauchen wir es. Trotzdem brauchen wir es für die Waffe. 18 für den einen Krummsäbel. Haben wir eigentlich schon ein neues Ziel? Ach ja, da diesen... ...einen Weg da unten. Hier ist nichts. Und zwar hier... ...an die Palisade vorbei. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Da haben wir einfach mal. Wie der liebe Sibi ja schon immer sagt oder eher zu sagen pflegt. Einfach mit dem Pferd rein. Nicht groß reden. Rein geht's da. Schlaue Worte von ihm. Also machen wir das jetzt auch. Sollte ja machbar sein. Oh, den holen wir uns noch. Der hat ein Großschwert. Obwohl ich kein Großschwert brauche. Dann bin ich... ...bin ich... ...hart... ...mit dem... ...mit diesem Schwert. Aber mit dem Bluthunschwert... Ich hoffe, es wird nicht zu langsamer. Das ist halt schon schnell. Schon schnell. Oh, da ist ein Dreckskatapult. Na gut, wir haben das meiste an... ...an Ruhenverbrauch. Deswegen... ...alles gut. Rein geht's. Oh nein, ich komm da gar nicht hoch. Himmelsschwert, okay. Oh. Er hat seine Decke umflossen. Okay, der ist da runtergegangen. Ah, ging. Ah. Gut. Hat doch funktioniert. Mein Plan. Bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Schmiedesteine. Dann können wir jetzt hier weiter. Oh, das ist einfach schnell durch. Schnell an die Barrikade durch. Easy. Mach ich mir umsonst ins Höschen hier. Halbinsel der Träne. Oh, vielleicht sind hier Flask-Tränen. Ein bisschen mehr Flask-Tränen. Ein bisschen mehr Flask wäre nicht schlecht. Karte leider nicht aufgedeckt. Keine Ahnung. Wir werden jetzt dann wohl ins Blinde. So ist das Leben. So ist das Leben. Ein Soldat. Oh. Da ist eine junge Dame. Kann die? Hallo, Ma'am. Oh, die ist blind. Irina. Okay. Okay. Zweimal kann man die auch töten. Aber man versagt da. Bedauern. Ah, erbärmliche Person. Pazzer schnappt sich ein Roboter mit Schnurrbart und beißt es in die Hand. Mega. Pazzer erhält 15 Fox Points. Ne, ne, ne. Ich hab daraus gelernt. Und es werden keine NPCs mehr getötet. Das bringt so nix. Das macht nur Ärger. Nachricht, oh Nachricht. Umso mehr Nachricht. Das ist ja mal was Kreatives. Auf jeden Fall ein Krudo. Ah, da ist so ein großer. Den sollten wir ja mal schaffen. Gut, Hunde. Krieg ich den rausgelockt? So, mal die Einzelne zu holen. Ne, der hat nix. Ich klafft. Bisschen Blut. Oh, daneben auch noch. Immer das gleiche. Immer daneben. Von dem Hund fertig gemacht worden. Warum geht das immer daneben? So, der gibt tausend. Wir nehmen wieder unsere Spielmechanik. Und holen wieder unsere Hunde. So, komm her. Sehr gut. Schön, deine eigenen Hunde angreifen. Ah, der war schlecht. Okay, er holt seinen Schwert. Davon habe ich tausende getötet. Gekühlt. Also sollte ich den ja wohl hinbekommen. Ah, Dreck. Oh, kurz. Oh, kurz. Oh, gleich sterbe ich wahrscheinlich. Ah, shit. Ich habe keine Flask mehr. Vielleicht schaffe ich es mit der Bombe. Ah. Faktisch clever. Wer hätte mich unnötig sonst getötet? Reifen, weißes Fleisch. Das brauche ich nicht. Ekelhaft. Ah, Mist. Ah, wir kriegen trotzdem was. Einen Morgenstern. Oh, das ist was Tolles. Das sind komische Viecher. Ah, die haben so Riesenmünder. Ah, die haben so Riesenmünder. Ah, wir werden besser. Wir werden besser. Habe ich so das Gefühl. Noch ein Schmiedestein. Und was ist denn hier schon wieder los? Alles Leichen hier. Warum? Oh, ein Käfer. Käfer müsste auch von der anderen Seite angreifen. Damit er uns nicht wegrennt. Dieser normale Seite Käfer. Und dann auch nach dem. Kannst du den? Kriegsasche. Mächtiger Schuss. Sehr geil. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber auf jeden Fall ist hier bestimmt gut Loot. Auf jeden Fall eine Burg. Nehmen wir mal den Weg hier hoch. Wie viele Punkte haben wir schon mal? 2, 4. Immer gut gesammelt. Bogenschütze voraus. Daher Turm versuchen. Den Turm da oben. Wie viel geben die Hunde? Oh Mann, wehe die Hunde. Töten mich jetzt. 50 geben die. Und Regenbogensteine. Reiset her. Was waren Regenbogensteine nochmal? Zeig, buntes Licht, dass er sich leitet. Freu nicht. Nein! Ja, super. Also die Hunde geben schon mal 100. Deswegen machen wir das schon mal. Äh, 50. Sorry. Okay. Okay. Gut. Ah! Lebelle! Drecks Lebelle! Ah, komm, komm, komm! Nee. Werfen brauche ich gar nicht versuchen. Der Drecksviecher, ey. Ah. Geben nur ganz wenig. Villas, äh, Lilie. So, krude Geräusche höre ich hier. Ja. Oh Mann, ey. Welchen Weg wollte ich jetzt lang? So, den Weg. Und dann geht's auf die andere Seite. Okay. Keine Ahnung. Habe ich eher wieder einfach random hier rum. Versuchen. Adäquaten Progress an Gegnerschnetzeln hinzubekommen. Mal kurz rasten. So, da ist ein Gegner. Und da hinten. Ach nee, das ist ein Adler. Ein Adler. Was ist da los? Okay. Okay. Wir kommen sonst Punkte. Und deswegen sollen wir wahrscheinlich außenrum, sollte ich außenrum greifen. Okay. Machen wir das. Richtung Turm. Da ist ein anderer Weg. Aber keine Ahnung. Was ist das? Eine Blume. So, diese Glyphblume. Schön, dass ich mich vergiften lasse. Freiwillig. Gut, Schaden nehme ich wenigstens nicht. Aber die geben auch zu wenig. Wie viele Punkte geben die Blumen? Aber die Punkte, äh, die Blumen. Ach. Vergiftet. So, jetzt bin ich vergiftet. Herstellen kann ich auch nichts. Jetzt bin ich, das ist jetzt blöd. Aber ich werde es überleben. Kann ich jetzt craften? Nee, immer noch nicht. Ich habe vorher vielleicht machen sollen. Boah, vor allem, das dauert ja ewig. Aber jetzt kann ich herstellen. Guck mal hier mal. Fünf Stück. Dann können wir es mal nutzen. Und es ist Gift raus. Ich heile mich wieder. Perfekt. So, wir müssen da auf den Turm hoch. Guck mal von der anderen Seite rüber. Auf jeden Fall wird da irgendwas bewacht, bestimmt. Ah ja, hier. Das sieht nach einem Eingang aus. Mehr oder weniger. Wald-Aussichtsturm. Bin ich das? Ah ja, das bin ich, der hier so komische Geräusche macht. Ich dachte, ein Gegner. So, wie sieht es hier aus? Ist jetzt noch nichts Spektakuläres. Hier ist einer. Jetzt aber nicht mehr. Können wir es kaputt machen? Nee, ich glaube nicht. Kann man es nutzen? Auch nicht. Aber eine Truhe ist hier. Und was haben wir? Komm, was Gutes, was Gutes. Handballiste. Und Ballistenbolzen. Aber braucht die Hand... Wie viel wiegt die Handballiste? Ah, die braucht Stärke 30. Ach, come on, ey. Oh, wer ist denn das? Was hast du erwartet, wenn du das wirfst? Denkst du, ich bin so blöd und weich nicht aus? Mann. Jetzt sterbe ich. Weil ich eine Leiter nicht runterklettern kann. Na, irgendetwas? Nö. Gnade voraus. Ne, hier ist nichts mehr. Gut, den Ballisten. Kann man eine Handballiste bekommen? Ah. Kann man trotzdem nutzen, oder? Handballiste. Alter, es ist eine Oschi. Wie ballert man? Oh. Ich wollte... Ich wollte nachladen. Da habe ich keine Munition, doch. Ja, hier. Bolzen. Dazu braucht man hier diese... großen Ballistenbolzen. Oh, die machen Gutschaden. 160. Aber trotzdem... Nichts für mich. Also, man wird erst vergiftet. Wenn der Balken da voll ist. Denke ich mal. Aber dauert halt auch ewig. Dass er wieder leer ist. Gut, gehen wir weiter runter. Ah, Mann. Weil ich im Kampf bin, kann ich meine Karte nicht nutzen. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Wir gehen aber auf jeden Fall auch da hin. Und schauen wir einfach mal. Machen die Karte mal zu. Auch wenn ich nichts sehe. Das ist Punkt 2. Nee, wir gehen erst mal... Nee, Punkt 1 noch nicht. Wir gehen erst mal zu Punkt 2. So, langsam müsste ich mal wieder für kleine Füchse. Ich glaube, bei der nächsten... dann noch 6 Minuten... müssen wir eh die Folge beenden. Ach, was ist da unten? Scheinbar auch irgendwas. Ähm. Gehe ich auf jeden Fall kurz. Wie gesagt, für kleine Füchse. und, ähm, baller kurz eine Pizze mehr rein. Bleibt nicht lange weg. Oh, wie... Oh, roter Augen. Hm. Ah, dann wieder so eine... Giftpflanzensammlung hier. Mal wieder nicht vorbei. Ich glaube, da bräuchte ich irgendwie so einen Buff, damit ich, äh... Damit ich, äh, äh, ähm... giftresistent bin oder so. Boah. Boah. Einerseits giftig, aber andererseits dann auch noch so mit so... billigen Schaden. It's an Ambush! Easy. Glassplitter. Ist ja nur Müll. So, hier sind Ruinen. Waldruine der Halbmenschen. Okay. Wenn's nicht so dunkel wäre hier, dann könnte ich vielleicht auch was erkennen. Oh! Das ist ein größeres Vieh. Mal gucken, was der kann. Ah, falsch anvisiert. Ah, trick! Grad wenn er so schreit, sollte ich eigentlich angreifen. Ah! Okay, dann haben wir... Der hat mich jetzt noch genervt, der Kleine hier. Aber wir gingen ja eigentlich noch... grad noch so. Was haben... Was haben meine Augen gerade gesehen? Oh! Okay. Ist irgendwo Gnade? Ich seh's kaum. Das wird... Ja gut, das ist ein Alter wahrscheinlich. Aber der ist bestimmt nicht einfach. Weißt du eigentlich gerade? Also kartentechnisch... Wo bist du eigentlich gerade? Achso, weißt du gerade eigentlich? Hier in dunklem, dunklem Bereich. Keine Ahnung. Ist nur so ein kleiner Bereich. Deswegen, ich glaub, der ist schnell auszumachen. Oh, das könnte ein Priester sein. Der könnte vielleicht gut reinhauen. Wache fein voraus. Ah, ich glaub dem nicht. Ich will die wieder einzeln holen. Die gehen mir schon wieder auf den Sack hier, die Kleinen. War das jetzt ne gute Idee? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Das ist ein Hund, oder? Auf jeden Fall ein großes Teil. Okay, Magie-Schaden. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Okay, der macht Magie-Schaden. Gut, er hat seine eigenen Freunde getötet. Ah, der ist machbar. Ah, komm, ein Angriff noch. Start des Halbmenschen-Königs. Oh, und ein Zauber. Spektralnova. Wir nutzen ja keine Zauber, weil ich brauch meine Mana für meine Hunde. Für meine Berylfans. Adamblatt. Ah, das ist ja selten, selten Adamblatt. Liebhaber, oh, Liebhaber. Gut. Easy. Ah, hier ist er, glaube ich, Low-Level. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier Low-Level ist. Er war ja machbar. Gut, war wieder ein bisschen riskant unterwegs, aber machbar. Das ist der untere Weg. Oh, da wird was bewacht. Das möchte ich haben. Die Frage ist, wie ich das hin, ohne zu sterben? Zaubereien und Anrufungen. An Orten der Gnade könnt ihr Anrufungen und Zauberei lernen. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, dass erst jetzt halt dieser Tipp kommt. Müsst ihr einen Stab ausrüsten, um Zauberei zu wirken oder Heiligestab. Achso, das hatten wir doch schon mal, wo ich dann gesagt habe, pff, wabbelab, ich mach doch hier keine Zauberei hier. Glaubensge... Kristallträne. Was kann das? Ja, die geben doch 14 Punkte. Lohnt sich nicht. So, also wie gesagt, wir ballern hier kurz Werbung rein. Ich hoffe, ich kann hier hin, ohne zu sterben. Warte, den machen wir noch kurz down. Ob mit... Bloß kein Ärger passiert. Wertvolles Objekt anbieten. So, und jetzt machen wir kurz Pause. Ich geh kurz pinkeln und schmeiß mir kurz der Pizza rein. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Äh, nee, warte. Ah, jetzt stopp. Ich muss zuerst die Folge beenden. Enden, Episode. Ja, also, wir machen jetzt einen unteren Teil der Karte. Haben jetzt auch etwaige Endbosse eigentlich ganz gut hinbekommen. So langsam kriege ich den Flayer raus. Vor allem den fucking Bluthund haben wir erfolgreich erledigt. Ich fühle mich richtig stolz. Vor allem, dass wir halt auch diese Waffe bekommen haben. Ich bin gespannt, wie die Waffe sein wird. Ich muss jetzt erstmal kurz abtreten. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.